Das macht da genau so was gut. Wenn ich richtig gesehen habe, war da gerade am Kopf ein Federling zu sehen. Die großen Losfliegen, die ernähren sich nur vom Blut und sind dabei hoch spekulisiert. Altener Rausspiegel sind eben nur beim alten Segler, auch nicht beim Rohrsegler. Umgekehrt. Da ist ein Federling am Auge. Hat ein Federling rumgerannt. Federling sind aus als Läuse oder sowas. Die ernähren sich von den Kleratinen, von den Federn. Echt? Ja. Bei vielen Vögeln gibt es ja verschiedene Federlingarten und verschiedene Federpartien. Beinein, die Vielen Dank.